Herzlich Willkommen zur Tageskarte für genau jetzt. Und hier zeigt sich der Bube, der Münzen. Diese Karte steht für deinen Selbstwert, steht für Selbsterkenntnis, ist ein Hinweis darauf, dass heute ein gutes Angebot auf dich zukommen kann. Der Bube hält die Münze in seinen Händen und schaut recht zuversichtlich in die Zukunft. Die Münze steht hier für sein Selbstverständnis. Er stellt sich unter Umständen die Frage, reicht das, was ich habe, aus, um meinen Weg zu machen? Das Universum sagt, ja, es reicht aus. Sieht hier die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie säen nicht und sie ernten doch. Irgendwie sowas in der Art fliegt mir hier an. Es könnte für manche heute ein Tag sein, wo sie sich etwas Gutes tun möchten, weil der Kontostand ist eben auch erlaubt. Die Frage ist, braucht man alles Materielle wirklich oder geht es eher um den Reichtum des Herzens? Dein Herz ist reich, lass andere an diesem Reichtum teilhaben.